Geh ich mal zum... Oh! Oh Gott, dieses Level, Leute. Das Level ist... Das Level ist abgestürzt. Guck mal. Nein, jetzt fallen wir wieder. Jetzt, komm. Nein, da. Nein! Was ist das denn? Das ist ein richtiger Fleischsalat geworden. Jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir... Nein! Kind Nummer 2, sicher in den... Oh, what? Yo, da kam erstmal ein fetter Asteroid aus dem Himmel raus hier. Das ist eigentlich so... Hä, wieso stecke ich hier fest? Und wir müssen uns echt... Oh! What? Jetzt, komm, 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 komm. Ich muss diesmal hier nicht so verkacken. Oh Gott! Einfach immer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Oh nein, wir müssen ja wieder bremsen. Warte. Ja, ja, so, so könnte es was werden. Nein! Und ich... Oh, Gott! Oh, what? Yes? Jawohl! Bitte! Nein! Nein, was machst du denn immer? Oh! Wie konnten wir denn da sterben? Ich fahr jetzt einfach. Ich flieg. Ich flieg. Ich flieg. Die sieht man einfach... Nein! Oh Gott! Ja, guck. Kein Problem. First try, easy. Going! Ach, wir müssen gleich dann einfach abspringen. Yo, perfekt! Victory! Uiuiui! Schrober! Okay. Und Schrober! Nein! Oh nein! Nein, wir haben so ein Jet ges... What? So, und jetzt einfach nur nach vorne lehnen. Oh! What? The Fudge! Hier, ihr jetzt. Bam! Mega Ruckler. So, Leute, das war es mal wieder mit einem weiteren Best of Happy Wheels. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann lasst eine kleine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, denn daran sehe ich auch immer, okay, kommen die Best of's überhaupt gut an, sollen letztlich davon mehr kommen, weil wenn irgendwie nur so zwei Leute liken würden und 20.000 Dislikes, dann würde ich halt sehen, okay, Best of's sind jetzt nicht mehr unbedingt so gewünscht und gefragt, aber ich persönlich finde es immer super lustig, einfach zu sehen, was es so für Fails gab aus den letzten Folgen. Deshalb ist das Ganze ja auch immer relativ kurz, da hatte sich letztens jemand beschwert. Der meinte so, boah, das ist jetzt so kurz und ich dachte mir so, Bro, das ist ein freaking Best of, natürlich ist es jetzt keine 20 Minuten lang. Also, nur um das nochmal ganz kurz klarzustellen und dementsprechend auch ein dickes fettes Dankeschön an den lieben Diver-Fan fürs Zusammenstellen der einzelnen Clips. Er ist wie immer natürlich unter der Videobeschreibung verlinkt und dann wünsche ich euch allen auf jeden Fall noch, sagt man, besinnliche Ostertage? Ich weiß es gar nicht und ich bin auch noch mega verpennt. Ich bin gerade erst aufgestanden. Wir haben es gerade 11.29 Uhr. Und, okay, das klingt jetzt kacke. Ich bin gerade erst aufgestanden und es ist 11.29 Uhr. Ey, komm, es ist Wochenende, Leute. Also, da kann man schon mal ein bisschen später aufstehen. Da bin ich eigentlich aufgestanden. Verdammt, wieso kommt das alles in das Video? Ich bin so verplant, es tut mir leid, Leute. Haut rein, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ciao.